Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Mario Maker an diesem schönen Freitag. Wir spielen natürlich wieder Level aus aller Welt, aber heute mal wieder auf sehr schwer. Mal schauen, ob wir überhaupt Level schaffen. Wir geben uns auf jeden Fall Mühe. Muss ich noch mehr dazu sagen? So, ich kann hier rein. Aber das ist falsch. Und der Hammerbruder geht mir tierisch auf die Nerven. So, der ist weg. Okay, gleich wieder zurück. Ich habe nichts gesehen. Dachte ich schon, es wäre vorbei. Dann gehen wir doch hier rein. Natürlich. Das ist wieder ein Troll-Level. Was passiert? Ah, hier können wir nicht rein. So, da will ich nicht nochmal rein. Ja, das hast du dir so gedacht, mein Freund. Okay, dahinter kommt nichts mehr. Das heißt, wir müssen da runter. Wieder was gelernt. Und zum Beispiel, wie man in den Abgrund fällt. So, weg mit dir. Ich will hier runter. Und dann gehen wir hier rein. Na, ein bisschen zu wenig. Ich wollte gerade sagen, aber nichts, was wir nicht schaffen. Ja, komm. Das dauert sonst ewig. Den ganzen komischen Soundgeräuschen hier. So, weiter. Hier rein. Darüber. Und hier in den Abgrund. Ich bin mir sicher, dass das richtig ist. Der Start geht mir richtig hart auf die Nerven. Ja, natürlich. Und jetzt bleibe ich hier an dem Hammerbruder hängen. Ist klar. So, gehen wir aus dem Weg. Ich muss jetzt da durch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es diesmal schaffen. So. Das darf doch nicht wahr sein. Ich jedes Mal auf dieser komischen Pflanze lande. Obwohl ich weiß, dass die da ist. So. So, und jetzt? Ihr wollt mich doch echt. Nee. 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 Bei aller Liebe, nein. Das ist mir jetzt schon wieder zu viel. Ich nehme lieber das hier. Po. Po. Ich hoffe, das kann ein bisschen mehr. So. Warte mal. Was ist denn der Sinn? Sinn? Okay. Warte mal. Werden das weniger? So. Jetzt müsste es unter der Kreissäge sein. Hä? Den verstehe ich nicht. Tut mir leid, aber was ich nicht kapiere, kann ich auch nicht schaffen. Niveau Enigmatis 4 von Saka. Mal gucken, ob das hier wenigstens was kann. So. Was kriegen wir hier? Eine Feuerblut, ne? Okay. Hier ist nichts drin. Muss doch irgendwo was sein. Aha. So, was macht der jetzt? Der bangt mir einen Weg. Okay, das schaffe ich nicht mehr. Da muss ich neu starten. Wollte ich auch gerade sagen, verschwinde du mal. Ich kann dich gerade am wenigsten brauchen. Hm. So, jetzt. Den muss ich jetzt nutzen. Das müsste uns ja eigentlich reichen. So, kommt die runter? Die kommt runter. Das war meine Feuerblume. Das war mein Pilz. Das war mein Pilz. So, und jetzt. Kann ich den hier machen? Ja, hätte ich das mal früher gewusst. Jetzt ist vorbei. Okay. Ich trau der Sache noch nicht. Kann ich hier irgendwas übersehen? Okay, der Geist ist falsch. Der hier ist falsch. Und der bohrt sich jetzt da hoffentlich durch. Weg da. Hier rein. Das war's dann mit unserer Blume. Okay. Eine Bombe. Okay. Die muss jetzt bestimmt hier rüber irgendwo. Dauert ja bloß Stunden. Na, immerhin haben wir gleich zwei. Okay. Okay. Das hätte ich wahrscheinlich gebraucht. Tja, machst du nichts. Müssen wir die Bombe laufen lassen? Das Poe hätten wir sehr, sehr wahrscheinlich gebraucht. Ohne das, wir hätten wahrscheinlich nicht weiterkommen. Habe ich zumindest so im Gefühl. Das ist doch nicht dein Ernst. Und wir haben keinen Checkpoint gehabt, oder? Also, alles auf Null. So. Hoffentlich funktioniert's jetzt. Wir wissen zumindest, was kommt. So. So, das nehmen wir mit. Jetzt sind wir hier drin. So, die ist erledigt. Ah, so funktioniert das also. Hier war's ja durchrennen, ne? Ja. Sehr schön. Dann war's der hier. So, hier rein. Diesmal lassen wir uns nicht veräppeln. Die Blume nehmen wir nämlich mit. Ach, hier waren's die Bomben. Das hätte ich vielleicht bedenken sollen. Wir haben jetzt bloß eine Bombe und ich glaub nicht, dass die reicht. Natürlich reicht die nicht. Ach, Gott sei Dank, hier ist noch ein P-Schalter. Ohne den wären wir verloren gewesen. So, wir nehmen gleich zwei mit, oder? Ich würde sagen, das ist okay. Mit zwei können wir arbeiten. Okay. So, der Weg ist schon mal frei. Alles kein Problem. Das ist bloß die Frage. Wo ist die Tür? Ich bin noch weiter oben. Das darf doch nicht wahr sein. Lass mich da rein. Ich krieg's grad nicht hin. Ne, ich komm da einfach nicht mehr rein. Wie hab ich das denn gerade geschafft? Ich war doch gerade auch da drin. So, aber hier kommt auch nichts mehr. Dann hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir haben hier ja so ein Pau-Ding. Ich hab wirklich gar keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, wo diese Tür sein soll. Wir können's uns gerne nochmal anschauen. Wobei ich nicht glaube, dass wir da was rausfinden werden. So, den hier. So, den hier. Ja. Super. Läuft bei uns. Den machen wir easy peasy. Das ist nicht das Problem. Das Problem fängt glaube ich da drüben an. Da muss ich mal ganz kurz durch. Denn wir haben keine Blumen mehr. Ja, das macht uns nichts. Denn wir kriegen jetzt wieder eine Blume. Zumindest gleich. Blume. Jetzt müssen wir hier rein. Also ein P-Schalter haben wir auf jeden Fall noch. Warte mal. Ne, da kann ich nicht rein. Ich dachte, vielleicht funktioniert das. Aber auch eher nicht. Ja, wir brauchen noch eine. Komm raus. Und laufe mit mir. Nimm Sonnenuntergang entgegen, sozusagen. Jetzt müssen wir bloß noch rausfinden, wofür der P-Switch ist. Der muss ja für irgendwas muss ja gut sein. Ach, guck mal. Geht ganz einfach. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Dann kommen wir jetzt natürlich auch weiter. So, das nehme ich mal ganz kurz. Ja, ich hätte es nicht tun sollen. Das haben wir jetzt auch. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Nicht wirklich viel. Halt. Muss ich mit denen die Röhre zertrümmern? Kann das doch leicht sein. Also es könnte Sinn machen. Oder ich mache es einfach so. Das geht natürlich auch. Und dann hier rein. Oder ich mache es einfach. Das darf nicht wahr sein. Ganz ehrlich, das ist mir jetzt wirklich zu viel. Das nochmal von Anfang. Nee, danke. Dann haben wir heute leider kein Level geschafft. Aber so ist das nun mal auch sehr schwer. Es kann nicht immer glücklich enden. Wir haben es zumindest versucht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei. Und schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin, haut rein.